Wir als BWS Education haben eine digitale Lernplattform entwickelt, um die therapeutische und medizinische Aus- und Weiterbildung auf eine neue Ebene der Digitalisierung anzuheben. Mein Name ist Robin Bauer und ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer. Mit unserer Idee schaffen wir einmalig eine Möglichkeit, sowohl Lernvideos zu verschiedenen Strukturen, aber auch Techniken zu präsentieren und gleichzeitig ein live bearbeitbares 3D-Anatomie-Modell mit zum Lernen und Studieren zu nutzen. Bei uns kann man bis in die kleinste Struktur, bis in die kleinste Arterie reinzoomen und sieht, wie da zum Beispiel der Blutfluss gewährleistet wird. In unserem Modell klicken wir die Struktur einfach nur an und wir haben genau den Namen und können mit dem Namen auch arbeiten. Wir können also die Struktur wegschneiden ganz individuell, können sie aber auch transparent machen und somit haben wir eine ganz, ganz hohe Palette an Möglichkeiten, wie wir mit dem 3D-Modell arbeiten können. Auf der einen Seite haben wir Dozenten, die mit unserem Modell physiologische Prozesse präsentieren und wir haben aber auch den Einzelnutzer, der über dieses Modell lernen kann. Unsere Plattform wächst täglich, sodass sie im medizinisch-therapeutischen Sektor in naher Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.